keinen Bock hat oder zu inkompetent ist, soll er doch bitte einen anderen Job machen. Das Problem ist, das kann man immer sagen, Deliane, zu Teil gebe ich dir recht, aber mein Kollege hat bei der Post gearbeitet, er hat nach einer Woche sofort aufgehört. Wenn du wüsstest, wie die Mitarbeiter da behandelt werden und was da für Strukturierungen laufen, auf den Job hättest du auch keinen Bock. Ich glaube, den Job macht nur irgendjemand, der nichts anderes kriegt. Das ist so, glaube ich, mein Ding. Also, pff, alter, deutsche Post, also austeilen und dann die Überstunden unbezahlt kriegen, einige, keine Ahnung, so ist echt scheiße, ey. Bei DHL ist das ja so noch okay, aber Hermes ist noch schlimmer. Ich finde, Hermes hier in Hamburg ist gut. Hermes hier in Hamburg ist gut. Wenn die ein Paket losschicken, da steht drauf, das kommt dann und dann an, die sind safe da. Die sind einfach safe da. Aber ich merke, DHL ist immer mehr überfordert. Normalerweise hat ja DHL gesagt, ja, Amazon-Pakete werden jetzt immer pünktlich geschickt. Ne, also die kommen, die müssen immer pünktlich beim Kunden sein, die werden vorgezogen. Ich habe nur Amazon-Pakete, aber offensichtlich sind die nicht so wichtig. Bei dir ist es genau das Gegenteil. Ja, bei uns hier in Hamburg, hier, Bill steht die Ecke. Vergiss es. Da kommen die Pakete nicht, also jetzt seit kurzem erst. Das wird jetzt gerade immer schlimmer. Das war vorher nicht so. Da war DHL wirklich gut. Aber jetzt, in der letzten Zeit, fängt das an, richtig schlimm zu werden. Das wird richtig schlimm. Pakete werden gar nicht erst ausgeliefert. Angeblich war man nicht zu Hause und, und, und. Echt schlimm. DHL kommt bei mir von meinen öffentlichen Postboten und auf dem ist immer hundertprozentig Verlass. Ja, okay. Ja, dann sind wir hier echt anders. In Hamburg sind wir echt am Arsch mit DHL. Ich glaube, das ist auch von Region zu Region echt verschieden mit DHL, Hermes und dem ganzen Scheiß, wie die Pakete kommen. Nur ich bin halt trotzdem getriggert, weißt du, weil ich bin Kunde und ich bestelle was. Problem ist aber auch, man muss wieder so sehen, damals, wie lange haben damals Pakete gebraucht? Äh, wie, wie lange haben damals Pakete gebraucht? Damals haben Pakete vier, fünf Tage gebraucht, keiner hat rumgeheult, ne? Heute wollen sie alle, heute bestellt und morgen muss es sofort da sein. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also ich könnte, wenn das die DHL auslasten würde, auch auf ein Paket zwei oder drei Tage warten. Aber dann möchte ich das gerne wissen und mich darauf einstellen und nicht diese Politik fahren. Oh ja, sie war nicht zu Hause, wir stellen morgen nochmal zu. Und dann auf einmal, oh, wir konnten sie nicht erreichen, holen sie es am nächsten Tag in der Filiale ab. Hä? Dann sind auch drei Tage wieder vergangen, weißt du? Dann kann man auch sagen, okay, Paket kommt in drei Tagen, aber dann ist es safe da. Okay, kein Problem, ich warte auch vier Tage. Aber bitte, schreibt das doch. Aber diese Pakete, wo immer steht, heute wird es gekauft, morgen muss es ankommen, das muss die Post ausliefern. Aber diese Pakete, die du bestellst bei Amazon, Leute, glaubt mir, habe ich schon probiert, diese Prime-Dinger, wo die schreiben, zwischen 18 und 21 Uhr abends kommen die, die kommen immer safe. Die kommen immer safe. Aber das ist nicht DHL, die liefert, das sind diese Amazon-Lieferdienste, die das dann bringen. Das kommt immer safe an. Und an dich, Racer, RSR, hallo, kann ich das Spiel auch am PC spielen? Äh, Google hätte da schon geholfen, aber das ist God of War und das gibt es nur für die Playstation 4. Das ist ein Exklusiv-Titel. UPD? Meinst du UPS? UPS, meinst du? UPS, ja, UPS. Äh, UPS ist, äh, UPS ist auch gut. Aber das ist halt diese, diese Politik, weißt du, die Leute bei Amazon, die bestellen alle und alles muss immer sofort da sein. Die wollen das, dann geht in den Laden, wenn ihr das sofort haben wollt und bestellt nicht bei Amazon. Das ist halt so, wisst ihr, wie ich meine? Alter, wenn ihr das sofort haben wollt, dann geht in den fucking Laden und kauft es da. Da habt ihr es sofort. Also es ist halt, ja, damals hat ein Brief auch eine Woche gedauert und keiner hat geheult, ne? Ich weiß, ich habe auch geheult, aber ich warte jetzt schon auf das Paket vier Tage. Und dann wird mir noch zwei Tage hintereinander immer wieder erzählt, ja, wir konnten sie nicht antreffen. Oh, das liegt jetzt doch in der Filiale. Dann bringt es gleich in die Filiale und dann hole ich es da ab. Aber Internet ist es meist billiger. Ja, es kommt immer drauf an, was man will, ne? Was ich an DPD geil finde, die haben bei den Sendungsverfolgungen GPS. Da weiß ich sogar, wo der Postbote gerade ist. Ja, geez, das gibt es auch bei, das ist auch bei Amazon so. Wenn sie zehn Pakete vor deinem Treffpunkt sind und noch so ungefähr eine Stunde brauchen, dann siehst du genau, wo der in Hamburg gerade unterwegs ist. Ah, man biegt ja bei mir in die Straße und dann siehst du diesen Punkt vor deiner Tür und dann läufst du wie so ein Hund zum Fenster. Hä, 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 wo ist mein Paket? Wo ist mein Paket? Ich kenne das nur zu gut. Und dann hängt man so. Oh, Paket, 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 Paket. Ich weiß das auch. Als ich auf meine 20, ach, ich habe mal, ich habe mal was bestellt und ich wollte das unbedingt haben. Leute, ich habe die Webcam, mit der ich jetzt gerade aufnehme, die habe ich aus meinem Fenster gehängt. Und ich schwöre es euch, ich mache keinen Witz, ne? Die habe ich aus meinem Fenster gehängt, so festgeklebt, dass sie die Straße, weil das nur eine Einbahnstraße, da kann man nur von hinten kommen, dass das dahin zeigt, die Kamera. Und jedes Mal, wenn ein Licht kam, Kamera an meinem zweiten Monitor. Bewegung, welches Auto ist das? Ist das Amazon? Ist das Amazon? Meine Grafikkarte. Ich bin da so gesessen. Und mein Kollege, kommst du zu mir hoch? Ich sage, nein, ich kann nicht. Er sagt, du, was machst du? Ich sage, Digga, Post, 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 Post. Post, ich habe Kamera. Ich sehe die ganze Straße. Er kommt so runter, er guckt mich an, er sagt, Digga, was ist los mit dir? Bist du behindert? Ich sage, nein. Das Paket. Das Paket, es kommt. Heute. Die haben gesagt, 21 Uhr. Bis da ist das Paket da. Und ich sitze da so vor der Cam. Auto, Licht, Auto, Auto. Oh Gott, Alter. Das war, das war, das habe ich mal, das habe ich mal gehabt. Ehrlich. Ich bin immer aufgesprungen, wenn ich irgendwas gesehen habe. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, komm, Kamera raus auf die Einbahnstraße. Scheiß drauf. Du kannst nur von der Richtung. Ich sehe dich. Du kannst nicht vorbeifahren und sagen, ich war nicht da. Ich habe dich auf Kamera. Ich war richtig getriggert. Ich war richtig getriggert. Und dann kam er und bevor er bei mir klingeln konnte, so runtergelaufen. Und ich so, Amazon. Hier. Drei Pakete. Für René. Jodowicz. Er so. Okay, ja, hier, bitte. Und hat er mir das unten an der Tür gegeben. Und hat gedacht, Alter, ich bin. Und dann bin ich so hochgegangen. Erstmal Herzinfarkt abgewehrt und so, weißt du. Erstmal Bluthochdruck gehabt. Alles wieder runtergekommen. Schluck Wasser getrunken. Und dann Pakete ausgepackt, ja. Oh Gott. Ja, das waren Zeiten. So. Genug Vorbereitung. Jetzt God of War angesagt. Jetzt habt ihr mal eine Story aus meinem Leben gehört. Ich erzähle öfter mal sowas. Ja, es passiert, wenn ich getriggert bin. Auf die Post, liebe Leute. Wir spielen jetzt God of War weiter. Ein kleiner Rückblick. In der letzten Folge, oder im letzten Stream, haben wir die Hexe, wir waren bei der Hexe, die eine Göttin ist und Freya heißt, diesen Kopf gegeben. Die hat Maden in den Mund reingebackt und unten am Hals hat sie irgendwie rumgewischt. Den haben wir dann in so einen Bottich getropft. Jetzt ist er wach und dann hängt ein Kopf an unserer rechten Arschbacke. Der kommt immer mit, quatscht zwischendurch ein bisschen. Und wir haben Tors Statue kaputt gemacht und viele neue Sachen entdeckt. Zum Beispiel unsere grünen Pfeile. Die waren böse. Der Junge hat jetzt andere Pfeile. Aber er kann immer noch genau die gleichen coolen Sachen. Und wir haben offscreen, offscreen bin ich ein bisschen rumgelaufen, wirklich nicht weit, nur ein ganz kleines Stück in eine Ecke. Und dann habe ich das hier gefunden. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was ist das? Und ich sage euch genau, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Da stand nur, als ich hier runtergegangen bin, Valkyren-Arena. Mach lieber Loki seine Statue kaputt. Hey, nichts gegen Loki, okay? Nichts gegen Loki. So, und hier soll irgendwas passieren. Das sieht nach einer Arena aus, also werden wir hier auch definitiv irgendwie kämpfen. Glaube ich zumindest. Hier stand irgendwas mit Valkyre. Keine Ahnung. Was das ist? Wir gucken. Loki-Fanboy. Hm, ja klar doch. Loki ist der Beste. Red nicht über Loki. Hopp. Was? Ein Tor zum Reisen? Was ist das denn für ein Shit? Joa, dann gehen wir mal wieder. Wow, wir haben ein Tor aktiviert, Leute. Boah, krass. Wow. Das ist ja... Holy Shit. Beeindruckend. Beeindruckend. Hm. Ich hatte gedacht, hier passiert irgendwas cooles. Aber hier ist gar nicht. Irgendwelche beschissenen Sessel? Und das war's. Ja. 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 Ich muss mich hier irgendwo hinlegen. Was will weinen? Okay, hier ist offensichtlich nichts. Ganz toll. Ich denke, wir kommen in eine Arena und haben einen prunkvollen Kampf, aber... Puh. Pustekuchen. Naja. Dann mal zurück. Vielleicht ist er ja da später irgendwas oder so. Keine Ahnung. I have no fucking clue. So. Bing. So, wir haben... Genau, da unten ist ja der Schmied. Und ich wollte schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Bitte behandelt den Wettstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Aber da unten kann man offensichtlich irgendwie rein oder so. Also hier gibt es erstmal nichts mehr. Und wir wollen ja nicht gleich zur Mission. Ne? Wir wollen ja noch ein bisschen abklappern. Deswegen wollen wir hier nicht gleich rein und da hin. Hm. Wir wollten uns ja nochmal diese Türme angucken, ne? Ob wir da nicht noch irgendwas verpasst haben und hier in die Ecke schwimmen. Weil da können wir jetzt auch mit dem Boot rein. Ne? Bevor wir nämlich irgendwo immer Missionen weitermachen, Leute, schauen wir uns das hier alles immer schön genau an. Dass wir nichts verpassen. Wir haben ja Zeit der Welt. Wir haben Zeit der Welt. Ja? Die Post kommt ja nicht. Die Post kommt ja nicht. Wir haben Zeit der Welt. Oh. Oh. Ist da hinten so ein... So eine Träne, wo ich dran lutschen kann? Oder ist die schon ab? Ah ja, die Träne da hinten haben wir abgemacht, ne? Komm mal, hau aufs Boot. Erzähl uns mal einen Witz oder so. So, Map. Gut, hier rum. Du wünschstest, du könntest die Erinnerungen löschen und das nochmal spielen. Das Ding ist, man merkt bei mir einfach, ich bin übelst sehr spät, sondern, ne? Warum würde Freya Odin heiraten? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Oh. Da ist wieder so eine Arschspalte, Leute. Wartet mal, vielleicht kommen wir da... So eine Po-Spalte ist da wieder. Vielleicht kommen wir da von hier rauf oder so. Oder da hin. Oh ja, eine Undock-Station. Oh, hier sind diese blauen Kristalle. Das heißt... Hier können wir noch gar nichts machen. Oder ich glaube nicht das lösen, was wir können. Weil wir haben nichts, um diese blauen Kristalle kaputt zu machen. Nee, damit geht sie mich auch nicht. Mach dich bereit, Junge! Alter, der wirft ja mit Menschen. Oh, ich mach den die Backen. Au, au. Au, au. Nicht nur da. Au, au. Buh, buh, was auch mal ausweichen. Ab da. Oh... Ja, ja, schwamm mir nirg an. Oh! Aua! Komm mal mit, wir müssen mal rein. Das war gut, oder? Deine Fähigkeiten wachsen weiter. Easy. Ich wünsch dir, ah ja, das hatten wir, hat sich bei euch auch das Twitch-Overlay verändert? Nee. Nee. Falsch! Richtig. So. Oh, wir haben wieder die, die Stallmarkierung. Da unten kommen wir auch noch nicht rein, in diese Fenster da. Hier können wir eine Kette runterlassen. Oh, da war was. Oh, wo ist denn das Ding denn? Ich weckle. Oh. Ah. Es ist so geil, wie er da steht. Oh. Herrlich. Oh. Schieß mal hier drauf, Junge. Hoffentlich bleibt das offen. Ja. Können wir das Ding rausnehmen? Ja, das können wir sogar rausnehmen. Okay. Vielleicht brauchen wir das noch für irgendwas. Und ich sehe die Streamzeit nicht mehr. Ach so. Ja, das wird manchmal so komisch gequetscht. Wenn man die Seite neu lädt, ist das immer wieder weg. Also bei mir auf jeden Fall so. Ist doch gut, dass wir erst hinweggegangen sind, ne? So, und jetzt gucken wir mal, was aus der Spalte kommt. Habe ich ja mal richtig Bock drauf. Nichts. Geil. Das sind mir die liebsten, Leute. Ja, das sind die besten Spalten im Spiel. Nämlich, wo nichts rauskommt. So. Das Ding können wir mitnehmen. Da hinten ist auch noch so eine Träne, die wir vom Baum lutschen können. Wenn wir hier nachher durchfahren, dürfen wir nicht vergessen. Eine Träne, die wir vom Baum lutschen. Gut. Dann brauchen wir hier wieder die, äh, Zeichen. Da vorne ist immer der erste. Da hinten, offensichtlich, können wir das Ding reinpacken. Aber da kommen wir hier nicht durch. Da müssen wir da drüben ziehen. Hier können wir die Tür auch nicht aufmachen. Es geht auch nur von der anderen Seite. Also von oben. Hm. Ah, da kommen wir ja hoch. Da vorne. So, dann gehen wir hier mal rauf. Cool, dann haben wir das nämlich schon mal geöffnet. Oh. Warum ist denn da oben so ein... Alter. Oh. Was sehen meine entzückten Augen hier? Mal kurz runter hier. Wir wollen ja alles aufheben. Genau, jetzt können wir ja auch hier durch, weil wir die Tür hier geöffnet haben. Hier haben wir schon die... Da war meins auch noch voll übertrieben mit den Fünf-Mal-Treffen mit der Axt. Hier können wir nämlich den Stein reinkloppen. Müssen wir sogar. Aber das Gute ist, dass wir erstmal den Path geklärt haben. Und den Weg. Ich versuche ihn immer irgendwo runter zu treten, aber das geht nicht. Ist freundschaftlich gemeint, ne? Nur damit ihr es wisst. Vater, zieh dir das mal an. Ja. Ja, mein Junge. So, wir müssen auch noch nach den Runen Ausschau halten. Wo lag der Stein? Ich glaube, der war da drüben, ne? Oder lag der... Der lag unten. Der lag unten. Wupp. Wir brauchen den Stein auf der anderen Seite der Meld. Und es fehlen noch zwei Runen. Und die Runen müssen wir natürlich auch noch finden. Und dann den anderen Käse. Der hier noch so zu finden ist. So. Dann gibt es einen bestimmten Weg darüber. Dann können wir auch hinten die Kette runter machen. Dann haben wir nämlich schon mal eine abgekürzt. Oh, ja. Hier sehe ich keine Rune. So, dann können wir hier schon mal die Kette runter treten. Dann kommen wir hier nämlich wieder hoch. Aber hier irgendwo hängt noch ein Kanister an der Decke. Oder? Da, genau. Und da vorne hängt auch noch was. Hat er dagegen geschlossen? Nein, hat er nicht. Gut. Dann haben wir die Kette nämlich auch schon mal. Dann muss ich jetzt kurz runter gehen, Leute. Den Kette lasse ich nicht legen. So, kann er hier irgendwas machen? Unser Prokop. Ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll. Naja. Ich weiß nur, dass wir jetzt diese Arena gefunden haben. Auch irgendwann mal gegen irgendeine Valkyre oder so, glaube ich, kämpfen müssen. Irgendwas Valkyre. Aber wann und wo? Kein Plan. So. Hier gibt es wieder Hackfleisch. Die Träne holen wir uns nachher. Die lutschen wir nachher vom Baum. Die sehe ich auch tatsächlich nicht. Das Zeichen triggert mich wohl, wenn das da oben hängt. Dann denke ich immer, ich habe irgendwas vergessen. Ah, da ist wieder eins. So, hier können wir runter. Und dann, genau, dann machen wir hier schon mal die Tür auf. Dann haben wir hier nämlich auch einen Weg hin. Das ist ja wie bei The Surge 2, was ich im Moment auch gerade spiele. Da muss man sich ja 40 Türen irgendwo aufmachen. Ah. Legendär, unlöschbares Feuer aus den Tiefen. Musshalms. Dient zur Verbesserung von Knäufen mit Brandschadenseffekten. Geil. Geil. Das war wieder so ein Versteck, was wir mit diesen Karten manchmal gefunden haben, ne? Aber ich glaube, die finden wir auch eher aus Zufall. Anstatt die jetzt so übelst krass zu suchen. Hm. Ja, hier, ein bisschen Zehnübung. Oh, mal ein Lichtmatch machen. Geil. Da kommt Honig aus seinem Gesicht, ne? Da kommt Honig aus seinem Gesicht, Leute. Habt ihr das gesehen? Da kommt immer, wenn wir ihn treffen, also seinen Kopf zertreten, dann kommt Honig daraus, Leute, ne? Das ist Honig. So. Hier ist wieder so ein Shitstein. Ach, ich weiß, wofür das ist. Das ist doch zum Blenden von Gegnern. God damn it. Dass ich das nicht mehr weiß. Wenn wir mit diesen anderen Dings dagegen schießen, Leute, wisst ihr doch, da kommt doch immer dieser... Was hat das gemacht? Hier erstmal eine Kette runterlassen. Okay. Den Stein können wir mitnehmen, oder? Na, den brauchen wir wieder an einer anderen Stelle. Oh. So, die Schlange ist da hinten am Pen. So, das ist hier runtergefallen. Ein Artefakt fehlt noch. Sonst können wir die Kiste nicht aufmachen. Wow, wie sollen wir das Ding hier reinbringen? Wir können doch nichts rüberschmeißen, oder so ein Shit, ne? Oder habe ich eine Abkürzung übersehen? Hämmisches Eichhörnchen. Beschwört ein Spektraleichhörnchen. Ratatask. Lol, Ratatask. Der Verbrauchsgüter aufstöbert. Ja, Ratatask. Was? Man kann mit Ratatask den Gott spielen? Das ist ja nice. Wirklichkeit. Ihr Kaliner darf nicht finden? Ja. Du bist so diese Hit